Hallo Leute, heute zeige ich euch wie ein Apple Account ohne Kreditkarten Sachen erstellt. Dazu geht ihr auf die Homepage von Apple und drückt dann hier auf Support. Jetzt geht ihr hier auf Community, hier findet ihr so zwei Wörter, da drückt ihr drauf, das war ein Test. Okay, jetzt geht ihr einfach auf Create an Apple ID, Create one, hier. So, ja, hier müsst ihr dann Sachen ausfüllen, die mich jetzt nicht angehen. Ja, und wenn ihr das fertig habt, klickt auf Create Apple ID und dann müsst ihr hier nur noch bestätigen und ihr seid dann fertig. Danke fürs Zugucken, würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Ciao!